Ja, schönen guten Morgen aus Berlin und schönen guten Morgen Jürgen Trittin. Guten Morgen. Herr Trittin, bislang sehen wir ja eher einen Krieg Israel gegen die Hamas, aber es gibt ja schon erst nur Schuss aus dem Libanon von der Hezbollah-Miliz offenbar und auch schon Beschuss aus Syrien. Wie groß ist aus Ihrer Sicht eigentlich die Gefahr, dass es da zu einem Flächenbrand, zu einer Ausweitung dieses Krieges kommen könnte? Die Gefahr ist ohne Zweifel da, dennoch bin ich zur Zeit sicher, dass sich die militärischen Aktivitäten Israels primär darauf richten, die Ursache für das, was Israel erleben musste, nämlich, dass dort Menschen gekommen sind, um Juden umzubringen und zwar, weil sie Jüden und Juden sind, dass diese Gefahr beseitigt werden muss. Deswegen wird Israel bereit sein, Angriffe aus dem Norden abzuwehren. Es gibt auch eine klare Botschaft an den Libanon in Gestalt des US-Flugzeugträgers, der dort liegt, dieses nicht zu eskalieren und dann wird sich die militärische Aktivität darauf richten, die Strukturen und die Führung der Hamas zu zerstören. Nicht nur die Hamas, sondern auch die Hezbollah-Miliz in Libanon wird ja vom Iran unterstützt. Wie groß sehen Sie denn da die Gefahr, dass die Iraner quasi diese Miliz los schicken Richtung Israel? Ohne Zweifel hat der Iran diese Gruppierung ausgestattet, trainiert, bewaffnet, aber diese haben alle ihre eigenen Interessen. Auch die Hamas hat ihre eigenen Interessen und insofern glaube ich, dass wir in der Tat uns darum kümmern müssen, dass die Unterstützer, und die gehen weit über den Iran hinaus, wenn Sie sich anschauen, dass in Katar die politische Führung der Hamas dieses Abschlachten von Menschen öffentlich im Fernsehen bejubeln konnte, wenn Sie sich anhören, welche Stellungnahme gekommen ist vom tunesischen Präsidenten. Das ist der, das Tunesien, mit dem die Europäische Union gerade über ein Rückführungsabkommen verhandelt. Dann sehen Sie, dass wir noch viele Aufgaben haben, gerade in der europäischen und deutschen Außenpolitik, die internationale Unterstützung, das Bejubeln von dem Rückkehr des Mordens, wie wir es bisher nur aus der Geschichte des Nationalsozialismus kannten, dem entgegenzuwirken. Sie haben ja schon einige Staaten genannt, wo dieses Blutbad der Hamas bejubelt wurde, auch in Teheran. Das Mullah-Regime hat die Hamas gratuliert. In Österreich wurde der Botschafter des Irans einberufen von dem Außenministerium. Was denken Sie, hätte das Deutschland auch tun sollen? Die deutsche Bundesregierung war die Kraft in der Europäischen Union, die seit dem Auseinandersetzungen im Iran der Demokratiebewegung die Europäische Union mehrfach dazu genötigt hat, neue Sanktionen zu verhängen. Häufig gegen Widerstand vieler anderer europäischer Mitgliedstaaten hat Annalena Baerbock dies durchgesetzt. Der Deutsche Bundestag wird morgen nach einer Regierungserklärung des Bundeskanzlers eine gemeinsame Resolution verabschieden. In dieser gemeinsamen Resolution wird nicht nur die Solidarität mit Israel ausgedrückt, sondern es werden auch konkrete Schritte angekündigt. Unter anderem der Schritt, dass wir den Verein Hamidon, den es hier in Deutschland gibt, der Ähnliches in Neukölln veranstaltet hat, wie in Teheran staatsoffiziell praktiziert worden ist, einen solchen Verein zu verbieten. Und wir werden die Bundesregierung ermuntern, in ihrem Kurs daran festzuhalten, die politische Isolierung und auch die Sanktionierung des Irans voranzutreiben. Es gab ja im Vorfeld dieses Konflikt, Verhandlungen zwischen den USA, zwischen Saudi-Arabien und Israel. Da gab es ja große Hoffnung, dass sich daran ein Friedensprozess anknüpfte. Wie sehen Sie eigentlich da die Chancen im Moment, dass da noch Bewegung reinkommt? Ich glaube, dass die Hamas und der Iran an dieser Stelle ein gemeinsames Interesse hatten. Sie wollten genau diesen Prozess, der ja von Seiten der Saudis, aber insbesondere von Präsident Biden damit begleitet war, dass man Israel dazu bewegen wollte, trotz der Siedlerbeteiligung an der Regierung, konkrete Schritte auf die Palästinenser zuzugehen, diesen Prozess zu stören, um nicht zu sagen, zu zerstören. Und das ist die eigentliche Tragik, gerade auch aus Sicht vieler Menschen in Palästina. Wir müssen ja aufpassen, dass wir in der Empörung über die unglaublichen Verbrechen der Hamas nicht alle Palästinenser gleichsetzen mit der Hamas. Die Hamas hat in Gaza zwei Millionen Palästinenser quasi als Geiseln genommen und sie versucht Ähnliches in der Westbank. Und deswegen glaube ich, dass wir gut beraten sind an dieser Stelle, diese Ansätze für eine politische Lösung, die langfristig der einzige Weg ist, für Sicherheit in Israel zu sorgen, weiter zu bestärken. Aber eine Chance, dass dieser Friedensprozess jetzt sozusagen in kurzfristig weitergeht, die sind, glaube ich, eher gleich null, oder? Die sind wahrscheinlich erst mal schwierig geworden, weil das, was wir jetzt erleben werden, da soll man sich keinen Illusionen hingeben, ist eine sehr blutige Auseinandersetzung. Israel wird viel dafür tun, die Geiseln, die israelischen Geiseln, die amerikanischen, die deutschen Geiseln zu befreien. Sie werden alles dafür tun, die Strukturen der Hamas zu zerschlagen. Das Ende wird ein verwüsteter Gazastreifen sein. Das wird in vielen Bereichen der arabischen Welt natürlich Solidarität auch mit den dort betroffenen Opfern auslösen. Und das macht das schwieriger. Dennoch, wenn wir, wir sagen das immer so einfach, die Sicherheit Israels ist für uns von überragender historischer Bedeutung. Aber am Ende muss man festhalten, das Ignorieren einer politischen Lösung, wie es lange Zeit die Regierung Netanjahu praktiziert hat, wo Biden sie versucht hat, in eine andere Richtung zu schupfen, das Ignorieren einer solchen politischen Lösung ist ein Sicherheitsrisiko für Israel. Nur mit einer militärischen Stärke, aber mit einer politischen Verständigung mit den Palästinensern in einer Zwei-Staaten-Lösung wird es dauerhafte Sicherheit für die Menschen in Israel geben. Herr Trattin, lasst uns zum Schluss kurz noch über Migration sprechen. Wir haben ja gehört, dass der Oppositionsführer Friedrich Merz dem Kanzler angeboten hat, über das Thema Migration zu sprechen und da eine Einigung herbeizuführen. Wir hören aus dem Kanzleramt, dass es da ein gemeinsames Treffen jetzt im Kanzleramt geben soll. Müssen die Grünen nicht befürchten, dass da über ihre Köpfe hinaus hinweg sozusagen eine Einigung zwischen Union, SPD und vielleicht FDP stattfindet? Ich glaube, das verkennt die Machtverhältnisse in Deutschland. Wenn Sie angucken, in wie vielen Landesregierungen die Grünen vertreten sind und dass es im Deutschen Bundestag keine Mehrheit ohne uns gibt, dann bin ich sehr gelassen. Aber eines muss ich an der Stelle schon sagen. Wenn man nach wie vor mit den Rezepten, die seit 30 Jahren gescheitert sind, mit Rezepten von Abschreckung, von Abschottung und Abschieben glaubt, die Migrationskrise bewältigen zu können, dann wird das nur ein Ergebnis haben, nämlich das Ergebnis von letzten Sonntag. Davon profitiert weder die CDU noch die Ampel. Davon profitieren nur die Faschisten von der AfD. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Trittin. Und das war der Frühstart aus Berlin. Und ich gehe jetzt zurück ins Studio nach Berlin. Und ich gehe jetzt zurück ins Studio nach Berlin.